ich muss jetzt zum zahnab gehen naja hauswitz wollte ich jetzt hughes nehmen ja scheiß am rostisch muss ich da doch mal hin was ich hab keine waffe da muss ich da doch mal hin ich muss dann so lange Druck machen doch wenn so viele ist und so ah ich kipp das auch ganz schön nicht sein find ich M.A.S. gut das hört sich teilweise ein bisschen perfekt an was die da labern aber gut der was soll ja also ich werde nicht was ihr Mund meint aber das ist ja was also und wird zu haben das ist hast du Sperma 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 Flips hast du wieder? lecker oder? Sperma Flips oh oh geht's noch um die Zeit ne die guten Sperma Flips wer kennt sie nicht ich du du geht's ab in mein ab in mein Haus schön mit Sandbecken zugebaut ne ja in deiner freierde einer Sonntagswiller ich glaub die sind unten ja ja ich auch die müssen unten in der Mitte da sein in dem komischen Kaffraum da negativ ich habe nicht das ist nicht erlaubt er ist er das der die 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 g bald ich habe es geschafft ich habe ich habe es nicht geschafft die richtige Waffe hat er die Falle Mark Werber ich bin diesmal mal erst die Grundlagen da ist er ist nicht abgehört bei dabei jetzt jetzt haben Prozent Bauschen Partikelsysteme aber als weg war der Bauer hat mich nicht bei der Zeit ich schaue hier an die von ganz oben ich habe einen fehler im game ich hatte vor allem den saumpack ich habe jetzt ich habe gerade eine wand aufgeschlagen jetzt habe ich so ein stück davon in meiner waffe in halbem bildschirm weniger er lässt die alle von uns leute wörter hallo hier unten ist eine echt gute sicht kai hier ist gut gut in sichtfeld bei mir müssen hier oben rein leid die möglichkeit und riss zwei bein erledigt ist alles die fahrt schlecht hat der dritte fack messer funktioniert im game überhaupt nicht Hey, leg mich doch am Arsch. Na doch. Bei mir schon manchmal. Ah, habt ihr gesehen? Komm hoch. Nein, Kai, guck mal. Nein, die ist gerade geil. Komm da einfach runter. Ich bin gerade super hier unten. Mach mal. Mach mal super. Ne, nur noch zwei oder drei, finde ich. So, jetzt komm ich hoch, Kai. Ey, wo bist du? Beide ich mal. Wieso soll ich hochkommen? Treppe. Mach auf die Bode hier. Und? Ey, die liegen da drauf. Fuck! Ja, ja. Super. Nächstes Mal würde ich sagen, da unten drei. Wurden drei Leute geholt, oder? Hab ich geholt? Zwei? Zwei. Fuck. Beinahe drei geholt. Die lagen da alle auf Boden. Die lagen da so wunderschönen. Genau. Die waren halt einfach über. Ja, so. Ja, so, und noch zwei Kinder, dann hab ich 15 Headshots, geil. Da hab ich die Räumenschaft hier, wenn you play. Wenn du downloadierst, dauert noch eine Stunde, 57 Minuten, nice. Und? Hab ich es, Habe ich wollte, das war ja, wenn der Crack funktioniert, aber geht weiter. Was ich ja sagte, ich werde ich nicht, ne? Und ich so war. Weil, die Tief die Leute natürlich, ne? 3 Prozent und ist er in die Stadt so früh gar nicht machst nach dem Herzen und der Mann in die Kinder das wird schwer dann weißt du und dort ist egal einfach da ist es Holzenstein der Spiel wird jedem Fähler ist er für 30 Euro in jedem Fall ist auch für so ein Schmuckerschen aber ich habe aber ich habe es ja nur zombies spiel gekauft mega geiles zombies spieler die meiner beiden 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 ich habe die feindlichkeit weiter ich will die beiden beiden bei der abgabend ob es beides töten um neun ecke der körper wollte ich kann nicht Es gibt genug Eckblick daran. Les, Cavera? Woher? Les von draußen. Das ist echt kodisch manchmal, möchte ich sagen. Dann, Les. Die Folge heißt Titel Prinz Weißab. Alex, hast du ein Dings auf deiner Waffe? Ein Laser? Was? Äh, ja. Gut. So, wenn die jetzt hier reinkommen, laufen die erstmal meine Dings. So, super. Halbingen. Ich hab ihm wie angst, dass jetzt gleich schweißen. Ich hab ihm wie angst. Wie ist denn? Hopp 4, last operator standing. Needle 6. Ach, das war nicht mal die Tür, die ich gedacht hab. Ich dachte, das wäre bei mir. Hätt's krass. Ach, nein. Muss der rein? Da hat der. Da ist der irgendwo. Hup! Hahahaha. Hup! Hup! Kommt wegschießen. Drück mal FC, bitte. Hup! 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 Sophia! Juhr! Hup! Und er nimmt einfach Hebener. Hebener ohne... Da gibt's gerade Werder Herausforderung. Kein Zehn-Runde-Bänder, das werden die alle wäre. Aber es war hart. Aber er muss sein, jetzt, wo er heute wäre genommen. Nein. Warum auch? Doch Er ist geiler. Das ist zu sein. Zu ist gut, so der Typ. Der Text auf der Kanz und Björn. das ist auch gut kommen mit dem Verlagt das ist gut der Karte ich weiß was ich relativ viel kaputt machen kann ich denke sie oben ja ich hab schon so welche Wendung gedanken eigentlich können wir jetzt in der Ostrasse es hat und nach oben Kaffee entgegen Sieg abwägt 10 Sekunden zu gehen Äh, ich denke, der letzte ist besser Insertion in 5 Sekunden Ich denke, es ist so Das muss So Wir sollten gucken, dass wir den Turm auf dieser Seite mindestens einnehmen, den wir Du meinst, du meinst, naja Das machen wir Vielleicht nicht kacken Ich folg dir mal, okay Ella kann man Gut, Marc, dann müssen wir nicht einnehmen, ne Wir sind nicht drüben hin Paar nur drei Minuten Zeit Hier drinnen? Hier drinnen? Ja Läuft doch gut bei euch Ja, macht doch Macht noch die Geisel kaputt Was? Machen wir noch ûgval Kennen wir harus Wie schon Runde Ja, wo Fechar Ach, F Этот in dem Game, hater, die Scheiße, fatal. Die Folge heißt Mark der Frauenhäuser. Boah. Und? Es geht, es geht eigentlich. Finde ich jetzt alles. Geil. Hä? Kann sich die Tür einstellen? So, ja. Ach, Alex. Na, habt ihr Flugangst? So. Da ist Drohne. Will ich die Kamera schicken, Mark? Keine Zeit. So nicht. Ich hab zwei schon. Ich werd mal Drohnen gucken. Kameras. Ja. Da gucken. Da. Ich guck auch gleich. Ähm. Gleis hab ich auch. Warum die denn Gleis auf der Karte? Auf der Karte, finde ich, macht Gleis überhaupt keinen Sinn. Ist einfach so. Mh. Reloading. Nee, das Ding erlacht. Gleis ist schon... Ich meine, der Rahu, bei keinem Fall ich von außen, wenn man Glück hat, die irgendwie treffen. Aber... Ohne Sache. Das ist immer so kritisch. Ey, die sind hier. Nur mal so zur Info. Oh. Ja. Ich freue mich gerade mit denen an. Das tut Kyrie mit dir an, Freunde. Nice. Da, glaub ich. Ah, da, 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 da. Bitte. Bitte. Wer ist denn noch da? Ich glaube. Hai auch, oder? Nein. Nein. Boah, ich alles hinten klar? Hey, help! Wo, wer? Bei ihm. Thanks. Thanks. No problem. Du stoppst. Ja, es war dunkel. Fancy Schildgei? Ähm, da haben wir auch Fancy und Mark. Ich bin der erste, Leute. Ich bin echt nicht. Ich bin ein mega-Wainbow-Mog. Mega-Mega-Memo. Mega-Low. Ja, du bist mega-Low. Es, das war doch ne geile Runde. So, das legen wir jetzt zum Abschluss zu unserer letzten Folge auch noch hin. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns zum letzten Mal morgen oder übermorgen wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.